Hier sehen wir das Rio Nautilus. Es ist komplett renoviert. Es ist jetzt auch ein Hotel für Erwachsene. Hier am Anfang von Terminus. Supermärkte, Cafés, Restaurants, Bars. Alles hier in der Nähe, wo man einkaufen gehen kann. Hallo, ich bin der Hubert. Ich zeige euch die ganze Anlage. Zimmer, Hotel, Rezeption, Pool, Restaurant. Wenn ihr weitere Filme sehen wollt, einfach unten auf Abonnieren gehen. Dann bekommt ihr auch alle weiteren Filme von mir. Bis dann. Ciao.